Musik Man hätte diesen Tag auch unter das Motto stellen können, ist denn schon Weihnachten? Denn am 5. Dezember begrüßte der stellvertretende Schulleiter der Max-Eid-Schule Helmut Reitschki Vertreter von Firmen, die unsere Schule schon immer tatkräftig unterstützen. Auch an diesem Tag kamen die Gäste nicht mit leeren Händen. Der Bereich Fahrzeugtechnik erhielt vom Zentralverband Karosserie und Fahrzeugtechnik und der Firma Sonic Equipment einen Werkzeugwagen mit entsprechendem Inhalt. Thomas Augmann, der designierte Hauptgeschäftsführer des ZKF, betonte das Interesse seines Verbandes an gut ausgebildetem Nachwuchs. Highlight des Tages war die Vorführung der CNC-Plasmaschneidanlage, eine Spende der Heinz- und Gisela Friedrichs-Stiftung. Die Übergabe übernahm Sebastian Decher von der Firma Hartmann Spezialkarosserie, in Vertretung für den Stiftungsvorsitzenden. Die beiden Spenden sind eine weitere Bereicherung für die professionelle und praxisorientierte Ausbildung der Karosserie- und Fahrzeugbauer. Man kann ohne Übertreibung sagen, Max-Eitschule heißt Ausbildung auf höchstem Niveau.